Die Verlobungs-Schock-Reaktion Sess-Schock-Reaktion, nach Justins Verlobung gab und traute X27-Semikolon es einen Schott. Es ist wohl der Verlobungshammer schlechthin. Seit gestern ist es offiziell, Justin Bieber, 24, hat Hailey Baldwin, 21, die Frage aller Fragen gestellt. Und das, obwohl die beiden Berühmtheiten sich erst seit wenigen Wochen daten. Doch nicht nur die Fans erstaunt dieses Beziehungstempo. Die ehemalige On-Off- und Jugendliebe Selena Gomez, 25, soll Gerüchten zufolge ganz schön verständnislos auf die Nachrichten reagiert haben. Laut eines Augenzeugen gab es zur Verdauung dieser üppigen Schock-Spezialität erstmal einen Schnaps für die Sängerin. Laut Hollywood-Liefe soll Sel am Montagabend und damit am Tag der Verlobungsverkündung ihres Ex-Freundes dabei gesichtet worden sein, wie sie die Bar Kut im Foursiersons Hotel im New Yorker Finanzwirtel aufsuchte. In dem Lokal soll sie kurzerhand entschlossen einen Shot bestellt und diesen auf der Stelle getrunken haben. Danach habe sie die Lokation sofort wieder an der Seite ihres Bodyguards verlassen. Eigentlich verzichtet Sel nach einem zweiwöchigen Reha-Aufenthalt im Februar komplett auf Alkohol. Für diesen Anlass schien sie dann aber doch eine Ausnahme gemacht zu haben. Nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass die Brünette eigentlich noch vor wenigen Monaten mit dem Neuverlobten von Turtelte. Zuvor gingen Sel und schon einige Male durch wilde On-Off-Beziehungsphasen.